ja er spielt jetzt welchen charakter ich hab nicht drauf geachtet ich bin selbst überwerb herzensschlag weil da hinten liegt ja die ich lass mich in ruhe ja genau er weiß dass ich hier bin er hat er hat er hat der auger perks oder wird nein verzahnt ist nicht angegangen nein liegen hat der ja gut stimmt wird ja vor allen dingen es sind drei leute im generator brennt mir nach ja er hat aber alle farbeeren und mich gehittet danach aber er standen die auffälligste mit den hieschen ohren ja erst kein barbecue und chili treu ist dann kommt wo es dann kam schon aus dann kommt aber wieder ja das ist schon kein jahr mehr man muss immer generatoren der typ der kämpft ja ja ich beobachte das noch ein bisschen ich habe herzschlag er kommt gerade zu dir bei jessica ja ach ja ich habe auch nicht gedacht der grad zu vier gegen ist kommt zurück wenn ich das richtig gehöre jeden fall noch herzschlag ja liegt und kommt zum generator hier zu dem meinst du nein jetzt geht er da ist immer noch bei mir jetzt geht er weg in richtung jessica da kommt doch freude auf ja nein sie sitzt übrigens direkt vor dem ausgang im generator ich auch ich habe gerade schon die kamere gedreht fabien bist du bei mir ja eben da wo wir gestartet sind sitze ich ne ich sehe jetzt einfach nur die wand weiter runter beim nächsten ausgabe da wo wir gestartet sind jessica also da wo du hinkst ja ja aber in die richtung habe ich herzschlag ja deswegen weil die russien auf dich zu läuft ne die rennen auf dich und so glaube ich aber ist mir egal ich habe weder die russien noch liegen bei mir mein generator ist jetzt durch meine haus prozent ich weiter da wo ich lang gerannt bin mag eben runter ja ist ein generator und danach kommt noch einer ich bin an den warte 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 legion läuft hier gerade mit der dame vorbei da wo du mich gerade hingeführt hast ich bin bei der viereckigen hütte naja ich bin am haken ich mache erstmal hier das totem weil so wie der spielt hat er keine in dem tod keine ahnung ob der so spielt chillt hier auf jeden fall noch mir egal mir immer noch egal ich hoffe ich krieg den hier durch lol ist die dumm also das war wirklich nicht gerade klug von ihr was passiert naja sie hat ihr eine palette ins gesicht gehauen und ist dann über die palette rüber gesprungen war ja eventuell kontroller wollte sich heilen wahrscheinlich naja nee nee wenn er einfach auf der anderen seite vier gegen hütte sitze ich an dem generator von euch aus also von euch gerade an als wenn jessica noch verletzt gewesen wäre die quitscht halt ja wie so eine asiatik oh wow ähm nun der mark ist schon da ja jessica müsste mir eigentlich auf den fersen sein nein nein jessica hat Herzstark weil Legion hier ist ausgänge sind beide von von chef aus gerade aus deswegen sieht man hier warum wegen der die ist auch hier machst du sehen danke genau das wollte ich dir davor schlagen sag ich doch nöt kommt schnell aufmachen die ist doch eh tot ja die hing nur einmal die die ist entkommen beim zweiten mal wahrscheinlich wegen entscheidungsschlag wäre jetzt meine vermutung na jessica wo bist du neben dir dann komm schnell egal raus nach dem ganzen egoismus team kameraden helfe ich niemandem mehr jessica wo bist du im ausgang na guck mal ob der hier kämmt ist da einer auf oder was ja ok dann geh ich raus was ich nicht verstehe ich war nach abschluss der letzten runde stufe 8 jetzt bin ich stufe 9 mit zwei punkten hä ja ich sterbe und ich hab warum bist du nicht rausgegangen ja weil ich dir helfen wollte hm